Hi Leute, Koray hier von Necrotted und dieses Jahr ist es endlich wieder soweit. Gemeinsam mit Reaper Entertainment Europe und Blood Blast Distribution werden wir unser fünftes Studioalbum auf euch loslassen. Die Scheibe wird Imperium heißen und am 22.09. in die Läden kommen. Bis dahin pre-ordert das Album und stay metal. Untertitelung des ZDF, 2020